Herzlich Willkommen, hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar SkyWars auf dem Hypixel Server und ganz was Neues. Ich weiß, dass die 0.14 schon draußen ist, nur kann ich sie nicht drunterladen und ich weiß auch gar nicht wieso, weil halt V-Shower 19.0.13 hat und ich will Minecraft ehrlich gesagt nicht kaufen. Ich hab keinen Plan wieso, aber ich will es nicht kaufen, nö. Ok Steinschwert, dann ein Bogen, nice. Ok. Ich will es nicht riskieren, aber ich will es riskieren, abzuschießen. Komm, komm, komm. Nein. Komm, komm. 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 Komm, komm, komm. Komm, komm, komm komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 нал. Komm, komm Карlμ. Mann, 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 Mann. Na, egal. Oh mein Gott, ich hab mich so erschreckt. Nein, nein. Ja, geh, ich lass dich. Ich lass dich mal fighten. Ich geh dabei da rauf. Ich hab's leider kein Popcorn dabei. Komm, ich bring's zu Ende. Komm, komm, komm. Down ist er. Wieso hat er so viele Pfeile gehabt? Hä, wieso kann man das draufgehen? Ja, der kommt jetzt sicher auch. Getroffen und, ja, als ob du mich killen willst. Verpiss dich doch, Junge. Jetzt hab ich kein Leben mehr. Das ist scheiße. Komm, das soll ich gleich dauern. Das wird nur one-hit. Jawohl. Jawohl, dann kommst du noch der Nächste. Nein, ich hab keinen Bogen mehr. Äh, ich hab keine Pfeile mehr. Scheiße. Und ich hab kein Essen. Toll. Der Chat neft. Toll, toll, toll. Äh, wieso kann man das nicht draufgehen? Lol, mal komm. Na. Toll.